Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wir gucken uns heute mal Enotria The Last Song an. Da ist die Demo draußen und ich zeige euch hier meine ersten Eindrücke. Ich würde es gerne vielleicht bis zum ersten Boss schaffen. Mal gucken, wie lange die Demo auch geht. Das ist so eine Frage. Ja, genau. Mehr kann ich glaube ich kaum dazu sagen. Viel mehr weiß ich auch gar nicht über das Spiel. Es soll ein Souls-like sein, soweit ich weiß. Schauen wir es uns an. New Game. Eventuell muss ich nochmal in den Einstellungen ein bisschen rumfummeln. Ah, das Tee von Veränderung bäres den Rücken. Bewöhnen, maskloser Ein. Die Phase ist setz. So, ich habe ihm gesagt, er soll auf 120 FPS laufen. Mein PC schafft auf den Grafikeinstellungen, die ich eingestellt habe, jetzt aktuell so um die 75, 70 bis 78. Ich denke, dann gehen wir mal in die Einstellungen rein. Und ich werde auf 60 FPS beschränken, dann sind die schon mal stabil. Und ich habe Quality Preset High gewählt. 60 FPS sollten aber auch absolut ausreichen. Wenn ich mich hier so drehe, sieht eigentlich alles gut aus. Gut, okay, das Spiel wirft einen direkt rein, ohne irgendwie eine Charaktererstellung oder so was. Soll ich dodgen? Ich habe das Gefühl, ich habe leichte Ruckler bei mir. A well-timed Parry can negate incoming damage. Okay, Parry. Ah, da haben wir das Timing noch ein bisschen. Ein bisschen früher. Ja, okay. Das war kein well-timed Parry. Ein bisschen früher. Nee, bin immer noch zu spät dran. Man kann auf jeden Fall, wenn man die Hand oben hat für den Parry, auch zweimal drücken. Man kann das ein bisschen spammen. Okay, springen können wir auch. Ah, das ist gar nicht so easy. Awakened State. When the Maskless One finishes off an unravelled enemy, they briefly enter the Awakened State. 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 While Awakened, the Maskless One gains a variety of positive effects that depend on the mask that they are currently wearing. Also, das ist jetzt noch eine Demo und released wird das Spiel ja erst im September, wenn ich das gerade richtig auf dem Schirm habe. Und da könnten natürlich dann die ein oder andere Performance-Problemchen noch behoben werden. Eigentlich sollte ich hier keine haben. Man muss jetzt dazu sagen, ich bin natürlich gleichzeitig am Streamen und Aufnehmen und habe stabile 60 FPS. Das ist schon sehr, sehr gut. Das war bei Elden Ring nicht so. Ich habe aber ab und zu Ruckler. Jetzt hatte ich Frame Drops tatsächlich. Kurz. Jetzt wieder. Ja, beim Anvisieren. Okay. Ammonia Ember. Use the Ammonia Ember to restore health. Gut. Die Flakons haben wir auch. Ich weiß nicht, ob die sich wieder auffüllen. Wir sind auch irgendwie so ein bisschen, ich sehe aus wie einfach nur eine Puppe. Ist das schon der erste Boss jetzt? The Force of Change. Sieht so aus. Die Flakons haben wir auch. Das war's für heute. Okay, das hat sich richtig gut angefühlt. Das Wasser sieht auch mega nice aus. Sehr cool gemacht. Stage Great Sword. Okay. Sieht sehr schick aus. Also es ist jetzt nicht das beste Wasser, das ich jemals gesehen habe, aber so sieht gut aus. Masks Loadout. The maskless one has up to three loadouts at their disposal, in which all kinds of equipment can be set while at a resting spot. While exploring only weapons, gems and consumables can be changed. Changing the active loadout can be done at any moment. Double pressing the swap input allows you to quickly select the loadout that is currently farthest in the pick order. Okay. Swap equipped weapon. Aha. Change Mask Loadout. Uh, okay. Jetzt haben wir die Maske von dem Kumpel. Kann ich das... Ah, jetzt habe ich gesoffen. Das wollte ich eigentlich nicht. Am linken Trigger habe ich... Ah, jetzt habe ich... Okay, jetzt habe ich die Attacke von dem. Über den linken Trigger. Was der vorhin gemacht hat. Habe ich das auch... Ne, da wechsle ich die Waffe. Habe ich hier auch irgendwas? Ah, das kann ich, das kann ich auch in meiner normalen Form. Okay. Ich will natürlich... die Maske ausprobieren. Juniper Sword. Das kann ich jederzeit loadout. Maske Loadout Menü. Weapons, Offhand, Maske, Lines, Tools, Maske, Aspect, Maske, Perks. Okay, hier kann ich noch gar nichts auswählen. Song of Return. Upon use, lose all a community labor. Ah, okay, das ist so eine Rückkehrnummer. Ähm, hier ist mein Inventar. Ach, guck mal. Hier habe ich auch schon andere Waffen am Start. So, Moment. Charakter. So, das ist jetzt einmal das normale Schwert. Diese Wicked Sick. Kann ich... Gibt es eine andere Sprache? Aktuell? Es gibt aktuell nur Englisch. Okay. Passt. Äh... Flippo, grüß dich, hi. Ähm... Und dann habe ich hier... Das kann ich noch nicht tragen. Verstehe. Adore Damage. Unraveling Damage. Unraveling Damage. Ah, ich bleib mal so dabei, wie es jetzt ist. Also, insgesamt... Insgesamt... Insgesamt finde ich das Spiel recht schick. Sieht auf jeden Fall gut aus. Mal ganz kurz noch die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. Harmonia Sepp. Was ist das? Raw Sepp, der ermöglicht den User, zu einer kurzen Zeit, zu einem Schwerpunkt zu verhindern. Okay, das ist quasi... eine Heilung, so wie in Dark Souls 2. Duelist Virtue. Das ist hier, auf dem linken Trigger. Okay. Step backward, dann immediately follow up with an attack using the other equipped weapon. Oh, okay. Summon an Ardor Sword. Okay, Drunken Sword. Maske lines are powerful, Ardor abilities. In order to use them, the masculine one needs to land attacks on their enemies, which gradually changes up, charges them up. Also, die Sicht finde ich gerade ein bisschen schwierig. So, jetzt können wir hier so ein Ding üben, äh, probieren. Ah, die sind beide geladen. Okay. Und man kann sie dann auch beide benutzen. Die laden sich beide auf und wenn ich eins benutze, ist das andere noch aufgeladen. Okay. Primal Elements. In the world of another, four Primal Elements inflicted Dizzy, Wiss, aha, which increases Damage dealt as well as Stamina regeneration at the cost of lowered defenses. Phatuo, Malano und Grazia inflicted Wicked, increasing one's elemental power, however, suffering damage causes the attackers to heal themselves. Okay. Inflicts Sickness, causing one to suffer damage over time to spread its effects to nearby entities. Inflicts Radiant, causing one to recover health over time, however being damaged while afflicted triggers a powerful explosion. Okay, das ist ein bisschen viel Information gerade. Wir haben einmal Dizzy und Dizzy erhöht den Schaden und die Ausdauerregeneration und meine Verteidigung wird aber weniger. Dann haben wir Phatuo, da werde ich Wicked. Wicked ist, ist das nicht so ein bisschen so verrückt oder sowas? Oder verhext? Da werde ich, glaube ich, verhext, erhöht die Elementarkräfte und wenn ich Schaden erleide, heilt sich der Gegner. Malano, da werde ich krank von und erhalte Schaden, aber verteile das auf die nahen Entities, das sind nicht unbedingt Gegner, sondern auf alle in meiner Nähe. Das heißt, die Krankheit geht dann auf die anderen über und füge denen auch Schaden zu und Grazia Radiant. Radiant ist Strahlung eigentlich, oder? Damit kriege ich Leben über Zeit zurück und und damaged while afflicted triggers powerful Explosion. Okay, wenn ich Schaden bekomme, explodiere ich. Alles klar. So, und jetzt muss ich hier reinhüpfen und kriege Wiss. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, was Wiss tut. Oh, ich habe sogar das fette Schwert bekommen. Und diese Maske. Und die Maze. Und er hat automatisch das Schwert ausgerüstet. Das ist ja wild. Cobblestone Envolved in Mind Strawn. Okay, auf jeden Fall viel Loot. Oh, da war auch wieder ein Lag. Ist hier vielleicht Dingens aktiviert? Was die Lags auslöst bei mir? RTX oder sowas? Gehen wir mal auf die Reflections ein bisschen weniger. und Schatten auf jeden Fall auch weniger. Aber ich sehe kein RTX im ersten Moment. 3D Resolution soll natürlich eigentlich auf 100% sein. Warum wird das skaliert? Ah, ich kann increase the Framerate. Naja, gut, okay, dann gehen wir doch einfach wieder auf, okay, was auch immer das genau soll. Ah, more accurate Raytracing. Hier haben wir die Raytracing Optionen, die will ich auf Low haben. Weil gleichzeitiges Aufnehmen und Streamen, jetzt sieht die Welt nicht mehr ganz so schön aus tatsächlich, aber es fühlt sich tatsächlich sofort wesentlich flüssiger an. Also, nicht, dass es vorher, ich hatte vorher kaum Framedrops, das war nicht das Problem, aber aus irgendeinem Grund fühlt es sich flüssiger an. Ich ändere das nochmal kurz. Gehen wir mal auf Ultra schauen uns mal an. Ja, es ist auf jeden Fall, obwohl ich weiterhin 60 FPS habe, fühlt es sich nicht ganz so smooth an, die Nummer. Medium muss reichen. Ja, ein bisschen. So, wir rasten mal. Ich habe schon wieder vergessen, was die Effekte machen. Und jetzt kann ich an den Loadouts hantieren. Ach, du meine Güte, hier gibt es ja viel Fortitude, Attunement, Alacrity, Erudition. Da wird mir jetzt auch nicht unbedingt gesagt. Oh, hier gibt es so viel bereits, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich bin jetzt schon vollkommen überfordert. Das ist vielleicht aber auch in der Demo einfach bereits ein bisschen mehr Zeug, das jetzt hier enthalten ist. Jetzt habe ich die Maze, den Kolben und das Great Sword. Das dauert mir zu lang, bis der zuschlägt. Was macht den? Ne, das war jetzt falsch. Ich will auf jeden Fall, ich weiß nicht, was genau das ist. Schauen wir mal. Oh ja, okay. Okay, von mir aus kann das Great Sword drinbleiben, aber hier hätte ich wirklich gerne einfach das Langschwert drin. Schön schnelle Angriffe. Und ich habe gerade gesehen, ich kann hier wahrscheinlich schon leveln. So, hier, ah, hier sehe ich ein bisschen was, was tut. Fortitude gibt Health, Attack, Power und Defense. Cunning gibt Stamina und Attack Power. Attunement, Elemental Power. Wird wahrscheinlich so Zauberzeug sein und so. Und höhere Defense auf Dizzy Wicked Radiant und Sick. Stamina Luck kriege ich hier mehr, okay. Carry Capacity, aha. Erudition. Defense gegen Vis, Fatur, Grazia, Malano. Elemental Power, Status Power, ach du meine Güte. Ah, okay. Das eine, also die Elemental Power ist quasi die Verteidigung gegen den Wert der sich erhöht und das andere ist, wenn ich tatsächlich mit diesen Sachen, die ich dann habe, angegriffen werden würde. Weil Vis löst ja Dizzy aus, rechts unten bin ich gerade. Okay, ja, das, ich weiß nicht, ob ich das gut erklären kann. Ich glaube nicht. was immer gut ist, ist auf jeden Fall mehr Health, deswegen machen wir da einfach mal zwei Level in Health rein. Passt. Gut. Sprinten funktioniert, wie man es gewohnt ist. Da waren wieder Frame Drops, okay. Auf dem Weg nach draußen hier. Wie gesagt, das ist eine Demo, das kann sich alles noch ändern. Oh, es sieht aber echt schick aus. Hübsches Spiel. Sehr hübsch. Und schon wieder ein Frame Drop, aber Demo, das wird bestimmt noch behoben werden. Hier darf ich leider nicht hoch zu den Blumen. Hi, wer seid ihr denn? Seid ihr gefährlich? Nee, oder? Von hier seid ihr gekommen? Ihr habt Loot vergessen, Jungs. Wow, erschreckt mich halt. Meine Güte. Efectit Fragment. Inspiration acquired. Inspiration acquired. Kill one Townsman. Also, Entschuldigung, wollte ich jetzt nicht unbedingt. Der hat mich angegriffen. Okay, die zwei laufen wieder von hier los. Oh, das da unten bedeutet wahrscheinlich meinen Tod. Diese Fackelmänner, die kennt man ja sowas von aus Dark Souls, ne? Wo wechsle ich nochmal Schwert? Hier. kill one gardener. Okay. Wie benutze ich denn? Wahrscheinlich auf X, ne? Ja, okay. Auf Y ist der normale Heel. Ich vermute mal, dass es da unten weitergehen würde. Ja, da ist auch ein Rastplatz. Junge, chill mal. Okay, meine Maske heilt mich wohl anscheinend ein bisschen. Lumberjack Mask. Okay. Jetzt ist die Frage, mit diesen Masken, könnte ich jetzt auch theoretisch, wenn ich mich als einer von denen ausgebe, kann ich dann auch an denen vorbeilaufen, ohne dass die angepisst von mir sind. Ach, guck mal, da unten ist noch ein bisschen, will ich das jetzt versuchen? Ja, natürlich. Da haben wir einen Hammer. so, ähm, das dürfte ich ja ändern können. Kann ich den Hammer benutzen? Nein, leider nicht. Was fehlt mir denn? Wo sehe ich denn das? Gracia, oder? Ne, füge ich zu mehr. Aber wo sehe ich, was ich brauche, um den Hammer zu benutzen? Äh, Y. Atonement und Cunning. Sechs Cunning, zehn Atonement. Aber eigentlich habe ich das alles. Warum sagt er mir, dass ich das nicht benutzen darf? Den Hammer. also mit dem X, denke ich mal. Wo liegt das, wo liegt das Problem? Verstehe ich nicht. Okay, also, ähm, Gewicht, Molo, hi. Gewicht, 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 Gewicht. Dass er jetzt zu schwer für mein Equipment ist, kann natürlich sein. Aber wo sehe ich, was für ein Gewicht ich aktuell trage? Carry Capacity, 100. Und was habe ich jetzt? eine Vermutung, alles gut. Ich, ich bin auch über Vermutungen froh, die mir hier an der Stelle gerade helfen können. Aber ich erkenne es nicht. Also, ich sehe es jetzt nicht. Deswegen packen wir einfach wieder das Great Sword ein. Passt schon. jetzt würde mich interessieren, kann ich hier genauso wie in es hat jetzt nicht funktioniert. Ich wollte so einen schweren Angriff von oben machen. Es hat nicht geklappt. Oh, hi. Da ist ja noch einer von euch. Shred of the Conovaccio. Also, die italienischen Einflüsse sind hier ganz klar erkennbar. Ist das ein italienisches Entwicklerteam oder kann ich hier einfach ein bisschen außenrum? Sterbe ich, wenn ich ins Wasser gehe? Wahrscheinlich sterbe ich, weil ich bin eine Holzpuppe. Eigentlich könnte ich ja, würde ich vermuten, dass ich schwimmen kann. Aber ich will es jetzt gerade nicht ausprobieren. Seewal, hi. Grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid, Leute. So, jetzt hatte ich hier ja irgendwo schon ein Leuchtfeuer gesehen. Genau. So, ich werde mal die Carry Capacity ein bisschen hochleveln und dann schauen wir mal, ob wir den Hammer nehmen können. Nee, interessiert ihn nicht. Cunning und Atonement ist, okay, das war es nicht. Naja, ist ja auch jetzt halb so wild. Hier muss ich ins Loadout rein. Hier kann ich das, glaube ich, wechseln, ja. Summon, wenn wir so eine Scepter in Conjure Multiple of... Okay, keine Ahnung. Ich packe es mal mit rein und jetzt probieren wir mal an dem Kumpel da oben. Achso. Ist noch nicht aufgeladen. Muss ich natürlich erst aufladen, meine Special Attacks. Das ist die Demo richtig, Seval. Ich habe gedacht, wir gucken da mal rein. Vielleicht hilft das auch für YouTube. Ich loote auch automatisch, also es wird alles automatisch aufgehoben. Das ist, finde ich, sehr geil. beim Summer Games Fest wurden auch zwei schöne Souls-Likes gezeigt. Okay. Golden Dart. Ein Schuss. Würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich habe hier kein... Das haben sie nicht genommen, übernommen, dass ich von Dark Souls diese... Was macht eigentlich der Cobblestone? Ist das so ein Wurfding? Ja. Ey! 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 Okay, vorhin dachte ich, meine Maske... Meine Maske führt dazu, dass ich... Dass ich mich heile, wenn ich einen schweren Angriff mache. Es ist anscheinend nicht meine Maske. Ich weiß nicht, was es war vorhin, dass ich geheilt wurde bei einem schweren Angriff. Äh, bei so einem... nicht schweren Angriff. Äh, so einem... kritischen Angriff. Wenn ich eine Maske an bestimmten Glühlen auf dem Boden benutze, kann man die langen Angriffen für eine 限zige Zeit, nachdem alles an seinen originalen Platz verbreitet. Okay, jetzt habe ich vergessen. Ah, linken Trigger und RB. Okay. Ach, guck mal. Okay, ganz coole Mechanik. Coastal Harpoon. Eieiei, ich bekomme hier richtig viel. Das ist natürlich jetzt auch der Demo verschuldet, vermute ich. Da oben steht noch einer drauf. Ich würde gerne... Ich würde gerne den ersten größeren Boss finden. Uh, da sind die Framedrops. Eieieieieiei. Autsch, 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 Autsch. Was ist das? Irgendwas? Keine Ahnung. Wartet mal, Jungs. No! Morte! Ah, da war ich zu gierig. Gut. Machen wir das Ganze ein bisschen langsamer. Und jetzt ziehe ich jetzt eine mit dem Greatsword drüber. Das Greatsword war es anscheinend auch nicht. Diese Finisher, die... Hör mal auf, auf mich zu schießen, Kumpel. Also, ich habe das Gefühl... Ähm, dass... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich hatte was im Kopf, so... Okay, das kann ich mitteilen, jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Gucken wir mal, ob ich hier meinen Loot wieder kriegen kann. Ey! Das wird auch automatisch gelootet. Ah ja, genau. Die Pfeile scheinen hier nicht homing zu sein. Was ich natürlich sehr angenehm finde. Dass die keine Verfolgungspfeile verschießen. Die Jungs. Was ist das hier? Eine Suppe. Schlürf die mal. Was kriege ich? Keine Ahnung. So, und was wird jetzt geheilt? Ah! Ich glaube, ich habe rausgefunden. Okay, durch die... Durch diesen Mind Stone wurde ich geheilt bei kritischen. Oh! Direkt zweimal hier in der Gegend. Der von hinten mit seinen Pfeilen, der hat mich... Der hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht an der Stelle. Ich glaube, es ist hier schwerer, einfach vorbeizurennen. Ich glaube, es ist hier ein bisschen schwieriger, einfach an den Leuten vorbeizurennen. Habe ich das Gefühl. Ich gucke nochmal, was hier drüben los ist. Boah, Leute! Nee! Oh Mann! Okay! Hey! Alles klar. Langsam. Wir versuchen langsam weiterzukommen. Kein Stress. Das hier ist eine Demo. Ich will nur den ersten Boss erreichen. Ganz easy. Ab und zu mal noch mehr. Minimale Framedrops, wenn es so in die Weite geht. Vom Nahen in die Weite mal ab und zu ein bisschen. Aber relativ harmlos. Alter! Okay. Ich muss hier ein bisschen vorsichtiger sein. Und lauf wieder Vollgas rein, ne? Okay. 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 Mir gefällt es ja sehr gut. Das Parieren funktioniert recht gut. Also, bis jetzt würde ich sagen, das Parieren ist cool in dem Spiel. Ich bin ja jemand, der sehr, sehr gerne in solchen Spielen pariert. Deswegen... Warte mal, jetzt kann ich doch den bestimmt bewerfen. Zack! Komm her! Und dann interessiert sich der Bogenboy nicht für mich. Okay. Ey! Oh, das war knapp. Ey! Ey! Oh, das war knapp! Ey! Ey! Das war ein Rift. Seid ihr, wolltet ihr da gerade in die, in euren Tod springen? What the fuck? Oh, da drüben, das sieht auch cool aus über die Baumstämme dort oder die Wurzeln. Es ist schon echt ein schickes Spiel tatsächlich. Also hier auch jetzt an der Stelle mit der Stadt da. Wollen wir mal ganz kurz die Grafik auf Ultra drehen. Schauen wir mal, was passiert. Epic. Ja, 30 FPS, 25. Und ich muss auch ehrlich sagen, jetzt sieht es gar nicht mehr so schön aus. Also kann natürlich auch an den FPS jetzt liegen, aber wie gesagt, ich nehme nebenher auf und streame gleichzeitig. Das ist einfach... Äh, ne, das wollte ich nicht. Ich will hier auf Medium einfach mal. Das kostet den PC ein bisschen mehr Leistung. Jetzt habe ich wieder auf Medium geschaltet. Achso, Moment, ne. Ich habe hier tatsächlich, glaube ich, Probleme mit... Aber das ist ganz normal. Die Raytracing-Sachen. Shadows. Ja, wollen wir schon ein bisschen was haben zumindest. Was hatte ich noch rund? Motion Blur. Das will ich auch ausschalten. Ganz klar. Motion Blur ist eine Seuche in Spielen. Ja, jetzt sieht es wieder besser aus. Hier habe ich jetzt auch Frame Drops. So weite Entfernungen, viele Gebäude. Ja. Aber, aber mei. Okay. Ob das jetzt so beabsichtigt war, dass ich hier runter droppe, weiß ich nicht. Er hat mir irgendwas gesagt von wegen, ich kann irgendein Ding herstellen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ups. Half-Eaten Actor. Oh, auch wieder Frame Drops hier Richtung Wasserfall. Ich muss ein bisschen früher den Verteidigendinger drücken, als ich denke. Den Verteidigendknopf drücken. Ein bisschen früher, als ich denke. Okay. Ach, Leute. Hört mal auf jetzt. Ähm. Das machen wir nochmal neu. Ich bin ja jetzt schon halbtot. Reset. Ey, ich habe hier auch schon richtig viele Buffs und so. Das Trefferfeedback ist noch ein bisschen seltsam. Also, das Parry-Feedback ist super. Das geht voll klar. Aber ich habe das, die Treffer, die könnten einen Ticken wuchtiger sein. Lumberjacks-X. Klar will ich die ausprobieren. Komm mal her. Gilt als Greatsword. Oh, die ist ganz schön groß. Oh, die ist ganz schön groß. Oh, die ist ganz schön groß. Alright. So, was stand jetzt hier vorher nicht? Kann irgendwas aktivieren? Da oben. Das bestimmt. Hier, das hier. Oh, okay. Ich hätte da auch unten rum können und wäre dann da über die Brücke gekommen. Ich meine, ich glaube, ich kann immer noch. Wobei, nee, jetzt komme ich, glaube ich, nicht mehr runter, weil ich jetzt diesen Weg hier, die Brücke, die lag ja unten und über die Brücke konnte ich runter. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch nach unten komme. Ich würde sagen, nein. Nachdem ich jetzt den Weg freigeschaltet habe. Das heißt, man müsste erst unten rum, um da ranzukommen an die Sachen, an den Loot, der da liegt. Ah, jetzt geht es hier wieder weg. Okay, jetzt könnte man auf der anderen Seite auch wieder runterhüpfen. Gut, wir haben hier jetzt... Welcome to Quinta, the city of actors, oh, what's left of it, ja. Kriege ich eigentlich, wenn ich reste, wird mein... Ah, schau mal an. Okay, ich habe rechts unten ein bisschen geguckt gerade. Diese Special Attacks, die gehen weg, wenn man sich ausruht. Aber klar, macht auch irgendwo Sinn. Ich kriege ja die Heilung wieder. Warum sollten dann die Special Attacks auch da bleiben? Doch, kann it be opened from here. Gut, Story brauchen wir uns jetzt hier eigentlich nicht antun. Ich möchte, oh ja, hier ist ein bisschen mehr los. FPS Drops. Hier in der Stadt habe ich jetzt FPS Drops. RTX 3070 Ti mit einem Ryzen 9 3900X. Glaube ich, oder 3700X. Hey, habe ich euch was geklaut jetzt, oder wie? Äh, ich würde gerne den ersten Boss sehen. Ihr seid alle nicht so gut auf mich zu sprechen. Anscheinend. Was ist hier los? Ich vermute, dass ich für den ersten Boss einfach weit nach oben muss. FST Fragment. Hier haben wir einen, uh, okay, der ist ein bisschen größer mit Schild. Und das nächste Leuchtfeuer. An dieser Stelle auch ein Schmiedestein. Okay, gucken wir mal den Schmiedestein, was der kann. Gear Upgrades. Mask as well as mask lines and weapons can be strengthened through smithing. This action requires memoria and specific materials that can be found throughout the world. Alrighty. Ich level jetzt einfach mein normales Schwert ab. Plus eins. Mehr kann ich nicht, da fehlen mir, da fehlen mir die Seelen. Bist du nicht gerade unten gesessen? Hey, bist du ein Boss? Du bist ein Boss, ja. Autsch. Erstmal klarkommen. Ich muss früher drücken, als ich denke. Jedes Mal. Ich wollte eigentlich saufen. Mit der Attacke habe ich nicht gerechnet. Erstmal mit Steinen bewerfen. Es ist ziemlicher Scheiß, dass ich hier 40 FPS habe. Das ist richtig, richtig kacke, gegen einen Bosskampf 40 FPS zu haben. Also 60 sollten da schon drin sein eigentlich. Ich werde jetzt nochmal die Einstellung runterdrehen. Einfach auf super low. Es hat sich nichts geändert. Ich werde diesen Bosskampf wahrscheinlich mit so harten Framedrops nicht abschließen. Komm closer, Morsel. Boah, das ist kaum erkennbar. Also man sieht schon was, aber... Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Stichangriff... Ich würde mich nicht mehr folgen, als ich jetzt. Ich würde mich nicht mehr schützen. Boah, also 40 FPS, teilweise droppt er auf 35 FPS, das ist übel. All right, Crimson Blow! Ich bin jetzt auch schon ganz klar. Alles runter von den Einstellungen, also es liegt glaube ich nicht unbedingt an den Einstellungen. Meine Grafikkarte ist auf maximale Leistung, ich habe es auf 60 FPS beschränkt, es ist auch nicht nur im Bosskampf, es ist hier in dieser ganzen Stadt, scheint er Probleme zu haben. Ich schaue mal, ob ich noch was einstellen kann, um das ein bisschen runter zu drehen, um zumindest den Bosskampf zu packen. Ich drehe einfach mal die 3D Resolution auf 0. Nope, hilft auch nicht. Das ist glaube ich ein anderes Problem. Das hat nichts mit den Grafikeinstellungen zu tun, das scheint hier in dieser Stadt ein Thema zu sein. Jetzt würde es mich ja mal interessieren, wenn ich die weg mache. Und nur das Schwert nehmen. Aber ich, ja, es war ja gerade schon schneller, ne? Meine Rolle ist flinker. Was ist das eigentlich, gibt mir das einen Buff oder so? Weiß gar nicht. Oh, ich habe es angefangen, zu empfehlen. Hahaha, er hat auch so einen Move. Wenn er mitkriegt, dass ich mich heile, hat er keinen Bock drauf. Sehr schöne Hitbox hier an der Stelle, wirklich. Also, das ist, die Attacke geht an mir vorbei, obwohl ich nicht am Ausweichen bin oder so. Einfach, weil er daneben schlägt. Das ist sehr, sehr geil. Ge哦! Einfach, der jenen Worte zu öffnen. Der jenen Weg hat mich. Eiger. Prob konnte dich halten. Aua, das war neu, das ist neu, ab der Hälfte des Lebens prügelt er mit anderen Moves plötzlich auf mich ein und verhaut mich hart, aber ich habe schon sofort Bock, ich habe schon voll Bock, ich habe jetzt ziemlich genau eine Stunde gespielt und ich muss sagen, es fühlt sich echt gut an, das Verteidigen, das Parieren ist stark, es sieht schön aus, es fühlt sich direkt an, ich musste mich kurz orientieren, wann ich drücken muss, aber das passt, das ist ja vom Timing her, das lernt man halt, es fühlt sich nach einem sehr guten Soulslike an, bisher, das was ich jetzt hier gesehen habe, an den Frames, da muss noch ein bisschen geschraubt werden, das ist wahrscheinlich noch nicht 100% optimiert, ich finde es schon krass, dass ich jetzt auf der geringsten Grafikeinstellung in dieser Stadt tatsächlich, ich stehe still und habe 45 FPS, mehr ist nicht drin, ist halt eine Demo, wird noch optimiert werden, ziemlich sicher, aber eins wisst ihr, ab September, wenn das Spiel rauskommt, da bin ich auf jeden Fall am Start, das werde ich mir reinziehen und bis dahin, danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, tschüss.